ja moin moin und mal wieder zurück willkommen auf dem kanal hallo heute wieder zu zweit und wir erklären euch mal eben kurz siegel oder auch siegfried genannt einfach kreisen ja wohl unser schnäppchen von der messe essen ich hoffe das licht blende nicht so gut also hier aber schon mal drei gebrauchsanleitung und die deutsche die gab es am stand dazu ich denke mal wenn das jetzt verlegt wird dann wird das auch auf deutsch verfügbar sein ansonsten schaut euch einfach das video an ist ja bescheid worum geht es bei sigil und zwar geht es bei sigil darum dass man geister einfangen muss und die kontrollieren auch wenn der autofokus hier gerade nicht möchte so wir haben erstmal an kartenmaterial diverse verschiedene karten wie ihr seht und zwar gliedern sich die karten in verschiedene kartenfamilien so nennt sich das und die unterscheiden sich immer durch das motiv und auch hier durch das logo das war übrigens die gute beobachtungsgabe meiner frau ich habe das am anfang ein bisschen durcheinander geschmissen und man sieht die geister auch den unterschied dass bei den geistern dieses symbol in dunkel ist und bei den anderen halt in hell genau ich wollte jetzt einmal ausholen zwecks wegen kartenfamilien so genau also es gibt aber normale karten und geister karten soll die normalen karten sind durchnummeriert von 1 bis 7 und ihr kennt halt immer an der farbe und an dem symbol hier sehen wir zum beispiel geweih dann haben wir hier wieder das wäre jetzt ein geist das erklären wir aber gleich so hier gibt es mit blatt und so weiter und so fort so die gibt es immer von eins bis sieben und dann gibt es die geister karten die geister karten machen den unterschied vom optischen dass die symbole farbig sind bei allen anderen karten sind sie weiß also die ähneln sich teilweise ein bisschen hier zum beispiel was auch meine frau festgestellt hat ja manchmal so hier sehen wir jetzt den unterschied das ist normale karte das ist eine geister karte so wie gesagt sinn und zweck der ganzen sache wir müssen geister kontrollieren wenn wir fünf geister kontrollieren bei zwei spielern haben wir das spiel gewonnen wie funktioniert die ganze schote wir haben wir haben hier diese figuren die karten werden danach ausgelegt sogar mit wunderschönen erklärungen was jetzt sichtbar und unsichtbar ist so wenn die karten ausgelegt könnt euch aussuchen was er da haben wollt sichtbar bedeutet einfach mit der spielseite nach oben ist klar unsichtbar ist einfach verdeckt dann aber so gestrichelte für abstand ist halt wenn man irgendwie bei der schildkröte oder so um die kartenfigur zu bauen da seht ihr hier habt ihr die abstandskarten dann wird das halt so zusammengebaut und dann liegt die geschichte da wie funktioniert das spielspielablauf der ich lege jetzt mal aus spaß hier so eine so so der spieler jetzt habe ich das ganz aus dem bild geschoben sehr gut so der spieler der dran ist schatz hier ist diese eine ach so die ja genau eine karte haben wir als promo doppelt gekriegt die gehört jetzt nicht hierbei so der spieler der im zug ist zieht eine karte muss eine karte ziehen und zwar eine verfügbare karte es wird unterschieden zwischen verfügbar und nicht verfügbar verfügbar sind karten auf der keine karte drauf liegt und die mit der spielseite nach oben zeigen das heißt die oberste reihe also unterste reihe für euch ist hier verfügbar und die sind nicht verfügbar weil die sind umgedreht und hier liegt auch eine karte drauf so jetzt wird abwechselnd gezogen und so weiter und so fort machen wir mal genau so und dann wird es in dem moment wo die karte darunter wo die von keiner karte mehr bedeckt wird wird die umgedreht und wird dann auch zu einer verfügbaren karte und ihr könnt dann nur verfügbare karten ziehen so was jetzt in der deutschen übersetzung falls ihr die dabei kriegt ein bisschen doof ist steht das ein bisschen blöd drin in der englischen steht das auch drin dass sie dann turn face up also dass sie mit der mit der vorderseite nach oben gedreht werden in der deutschen ist das ein bisschen komisch übersetzt sage ich mal deshalb ja so wird gespielt das geschieht dann so lange bis simulieren wir das noch mal so das sind halt alles normale karten die karten haben wir auch noch nicht gesagt werden einfach auf die hand genommen und das ganze spiel behalten die werden geheim gehalten also man sieht ja was der andere zieht daran am zweiten zug ich zumindest habe schon wieder vergessen was im vorzug passiert das kennt man ja so und dann simulieren wir jetzt mal die situation wenn ein geist kommt wir nehmen die auf die hand die wird in diesem moment verfügbar und ihr seht farbiges symbol ist ein geist die geister entweichen dann und dann legt man die einfach offen an die seite vom spielfeld neben die figur und die sind jetzt für jeden frei verfügbar wenn man sie dann quasi bändigen kann und das geschieht wie folgt es gibt zwei möglichkeiten dafür entweder man hat mindestens drei karten mit dem symbol also aus der karten familie spricht diese hier oder man hat vier karten egal aus welcher karten familie die dieselbe ziffer also hier eine vier wieder geist haben so das heißt ich könnte jetzt zum beispiel mit ich suche mir die mal eben mal raus so da haben wir die die man sucht sind natürlich wahrscheinlich wieder ganz hinten ja aber ich wollte noch einmal die genau das so kröten symbol zack so also entweder haben wir auf der hand so geist liegt da wir haben auf der hand dieses hier das heißt wir haben dreimal die vier das ist ein vierer geist dann dürfen wir ich schiebe das spielfeld mal ein stück weg dürfen wir die vier karten vor uns ablegen offen und den geist als oberstes drauf legen das heißt wir haben den geist jetzt gebändigt und kontrollieren diesen geist das ist die eine variante die andere variante wäre halt wenn wir fünf wenn wir mindestens drei karten mit diesem symbol haben die zahl ist dann hier die fünf ist dann in diesem fall unbedeutend wenn es von derselben karten familie ist dann geht es nach symbol und ich kann dir das dann auch wegnehmen wenn ich eine karte mehr habe genau und ja zum beispiel wenn ich jetzt vier habe ist egal wie ich habe eine karte mehr quasi und dann darf ich die einfach so wegnehmen bei mir auf den haufen legen und dann genau du liest dann auch raus dann ist das erste also so lange meine bist du deins dann erweitern kannst bis sagen wir mal dann auf fünf weil du brauchst ja wieder eine mehr als ich genau hört sich jetzt ein bisschen als wie hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an wir simulieren das mal gerade also der drache wurde von spieler 1 kontrolliert also wird kontrolliert und jetzt kommt spieler 2 daher und sagt moment ich habe aber jetzt das hier auf der hand ihr seht das sind jetzt nur die symbole das ist von einer karten familie so sind aber vier karten also eine karte mehr als der spieler hat der den drachen kontrolliert und der glückige geist ich weiß auch nicht ich bin irgendwie nur mit drachen so das heißt der geist geist nicht drauf wandert jetzt zu dem spieler der jetzt die meisten karten also er hat jetzt eine mehr als der spieler vorher jetzt kontrolliert er den geist der andere spieler dem der geist geklaut wurde muss die karten so in der konstellation offen vor sich liegen lassen darf die nicht wieder auf der hand nehmen oder ähnliches damit er die nachher nochmal verwenden kann der muss wieder neu sammeln und der spieler kontrolliert jetzt den anderen geist also der andere spieler kontrolliert jetzt den geist so jetzt wird weiter gezogen weiter gezogen weiter gezogen und wenn der andere spieler glück hat dann zieht er jetzt noch zwei vier und in diesem fall könnte er dann sagen so zwei vier hat er legt die hier dran dann hat er insgesamt fünf vier und somit eine karte mehr als der beherrschende spieler von dem drachen und dann geht der drachen der geist wieder darüber ich weiß auch nicht was ich mit den drachen habe ja und dann geht das auch mit allen anderen so genau das ist das so wer fünf als erstes hat genau wer fünf bei zwei spielern wer fünf geister als erstes kontrolliert der gewinnt automatisch in dem moment das spiel genau bei uns war das letzte mal nicht ganz so ersichtlich aber ich hatte einen packen mehr als du auf jeden fall ich weiß gar nicht was wir da für ein problem hatten wir hatten das problem dass dass das hier so aussah sag ich mal und wir sind davon ausgegangen da liegen jetzt zwei packen also wir hatten beide vier oder fünf packen da liegen aber auf einen lag kein geist mehr drauf genau das hatten wir nicht gesehen also immer darauf achten wirklich nur die geister zählen nachher es zählt nicht wie viele einzelne stapel ihr draußen liegen habt sondern es ist wirklich immer der geist der zählt und wenn man fünf geister kontrolliert gewinnt man automatisch das spiel ja das ist schon der ganze zauber wie gesagt es gibt die verschiedenen figuren hier wie ihr seht und ansonsten die anleitung ist auch sehr kompakt hier ist das nochmal abgebildet von wegen kontrolle nicht wahr immer eine karte mehr dann kann man wie eben gezeigt dann einfach welche dabei tun man muss immer eine mehr als der kontrollierende spieler haben ja und das war schon der ganze zauber deswegen würde ich sagen wir bauen einfach mal kurz auf weil das ganze gesülze das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen unübersichtlich deshalb machen wir jetzt einmal ein kurzes let's play ist wirklich nicht schwer und macht bock deshalb würde ich sagen wir sehen uns gleich jetzt